Testen Sie doch mal den Opel Kadett, zum Beispiel den Caravan. Sie werden staunen, was da alles reingeht und rauskommt. Für alle, die zurück zur Natur wollen, gibt es den Kadett mit sauberem Diesel oder Multic-Euronorm-Motor. Gute Nachrichten. Für alle. Der Kadett ist wartungsfreundlich. Das ist wie ein eingebauter Mechaniker, nur billiger. Der Kadett, der Kadett, der Kadett, der Kadett. Ein Kadett ist immer richtig. Ab zum Opel-Händler, aber schnell.